Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video möchte ich euch mal ein Gaming-Notebook zeigen. Das hat ein Zuschauer gespendet, der hat das zugeschickt, der Kai aus Nordrhein-Westfalen. Da sage ich mal vielen Dank für das Notebook und das ganze Zubehör. Und da möchte ich mal zeigen, in welchem Zustand es ist und was das alles kann. Und wie man sieht, läuft da auch schon Windows 10 drauf. Das Notebook, das ist ein Gaming-Notebook mit einer eigenen Grafikkarte. Das ist richtig schön schwer, richtig dick und hat auch einen 17 Zoll Monitor. Ist also prinzipiell von den Leistungsdaten sehr gut. Das ist von 2011, 2012 so ungefähr. Das BIOS ist auf jeden Fall von 2012 und da kann man das natürlich entsprechend ableiten. Hat früher mal 2000 Euro gekostet, war wirklich Hightech. Da ist ein Core i7 drin und funktioniert noch, soweit man das jetzt erstmal testen kann, ganz gut. Wenn man sich das Notebook mal anguckt, dann sieht man schon einige Gebrauchsspuren. Und das wurde mit Sicherheit mal richtig hart rangenommen. Hier einige Jahre lang wurde da massiv drauf gespielt. Da gibt es auch einige Umbauten, Aufrüstungen, Umrüstungen. Und die Grafikkarte, die Original-Grafikkarte, die drin war, die ist wohl defekt. Und da ist jetzt eine Alternativkarte drin. Das zeige ich nachher mal. Da schraube ich das mal auf und baue das mal auseinander. Dabei war auch hier noch der Original-Karton. Das ist sehr schön. Das ist wirklich ein schöner Hingucker. Dann gibt es hier drüben noch ein Mauspad. Das müsste auch das Original-Mauspad gewesen sein, was damals dabei war. Da sieht man auch, das ist ganz schön abgeschrabbelt. Also da wurde jede Menge drauf gespielt. Und da gibt es nochmal einen Karton. Für so viel Geld kriegt man nochmal einen Überkarton. Der passt gar nicht so richtig ins Bild. Und der ist auch sehr schön bedruckt. So sieht der Karton aus. Und das ist noch nicht mal der Versandkarton. Den gibt es auch noch im Original. Habe ich aber jetzt hier nicht im Video drin. Der ist auch entsprechend designt. Also da hat sich der Hersteller ganz schön Mühe gegeben. Und die Frage ist auch, ob er sich jetzt hier entsprechend viel Mühe gegeben hat. Beim Hardware-Design oder ob das alles so Standard ist. Das gucke ich mir gleich mal an. Und man kann sich natürlich generell fragen, lohnt sich überhaupt ein Gaming-Notebook oder nicht gleich lieber ein Desktop-PC? Was direkt schon mal aufgefallen ist, dass wenn die meisten wahrscheinlich gesehen haben, ist der Schmutz, der hier vorne drauf ist. Das ist nicht unbedingt Schmutz, sondern hier ist eine Beschichtung auf dem Kunststoff drauf. Und diese Beschichtung, die löst sich ab mit der Zeit. Die ist hier drüben, wo die Hand aufliegt. Und hier, wo die rechte Hand ist. Die meisten sind ja nur mal Rechtshänder. Da ist die schon ganz weg. Hier sieht man Plastik. Hier oben ist die Beschichtung drauf. Da kann man so mit dem Finger langziehen. Und dann löst sich das hier auf. Diese ganzen kleinen Dreckflusen hier oder was es ist. Das ist so Gummi-artig wie so Kleber. Das ist diese Beschichtung, die sich da auflöst. Hier drüben ist die auch. Und da hört man ja schon, das ist richtig robelig. Das ist so ein Gummi. Und das Ganze hat man auch noch mal hier oben auf der Ablage drauf. Hier das Weiße. Das sind Tücher. Da hatte ich versucht, das mit sauber zu machen. Aber hier löst sich diese komplette Beschichtung auf. Hier drüben habe ich so eine Maus. Das ist so eine ganz quillige Logi-Link-Maus. Da haben viele auch in die Kommentare reingeschrieben. Bei anderen Videos. Hey, was ist denn das für eine Maus? Ist eine ganz einfache Maus. Und die hat hier neben, wie viele andere Mäuse, auch so eine Beschichtung. Damit es ein bisschen griffiger ist. Und da sieht man auch schon, die löst sich auch hier ab. Kann man auch so ein bisschen abpulen. Und manchmal bei so Mäusen, da wird es auch richtig klebrig. Ich musste schon Mäuse wegschmeißen, wo sich das hier neben so aufgelöst hat. Das hat er an den Fingern geklebt. Genauso wie hier. Unterschied ist natürlich, das ist eine 5-Euro-Maus. Und das ist ein 2.000-Euro-Notebook. Also bei sowas erwarte ich sowas eigentlich nicht. Da sollte das eigentlich nicht passieren, dass nach ein paar Jahren sich diese Beschichtung hier überall auflöst. Nicht nur da, wo man hingreift. Manchmal ist es ja auch fett von den Händen. Sondern auch hier oben drauf eben. Und da hat mit Sicherheit kaum einer dauernd dran gegriffen. Und das löst sich überall ab. Mal gucken, wie ich das abkriege, was ich damit mache. Das Notebook, das der Kai mir geschickt hat, das ist ein Alienware M17XR3. Und das ist von Dell, wie man hier unschwer an der Seite sieht. Und da gibt es auch eine Support-Seite für. Da kann man sich diverse Treiber runterladen, wenn man so ein Gerät hat. Nachteil auch hier. Da gibt es nur noch Treiber, also offiziell nur noch Treiber für Windows 7, 64-Bit. Auch für Windows 8 haben die keine offiziellen Treiber mehr rausgebracht. Und zu Windows 10 eben schon gar nicht. Und die gesamte Software, die man da sich runterladen kann, ist auch ein bisschen veraltet. Hier 2013, 2011, 2012. Also da gibt es keinen richtigen Support mehr. Obwohl das Gerät natürlich, soweit wie ich es jetzt testen konnte, ohne Probleme funktioniert. Und da wird es ja mit Sicherheit noch ein paar Tausend in Deutschland geben, die das gleiche Gerät haben und die das noch weiter betreiben möchten. Mein Gaming-Notebook, das hat ein Intel Core i7. Das ist ein 2630QM, also die zweite Generation der Core i7. Also nicht mehr ganz so frisch. Hat aber dafür 12 GB RAM. Das ist schon mal ganz ordentlich. Da ist jetzt Windows 10 drauf installiert. 64-Bit, funktioniert einwandfrei. Die ganzen Treiber, die habe ich mir im Internet zusammengesucht. Das zeige ich mal. Da muss man zum Glück nicht so viel per Hand nachinstallieren. Einige sind es aber schon. Und das Gerät hat auch eine eingebaute Grafikkarte. Einmal eine Intel HD 3000, eben in dem Intel Core i7 drin. Und dann hat die nochmal eine Nvidia-Karte. Oder dieses Gerät hat jetzt eine ATI-Karte. Der Kai, der hatte das Notebook geschickt mit zwei solcher Grafikkarten. Und eine habe ich hier eingebaut jetzt. Und das ist die andere. Das ist eine AMD-Karte. Original war aber wahrscheinlich hier eine Nvidia-Karte, wenn man den Unterlagen das so richtig glauben kann und entnehmen kann, die man im Internet findet. Und diese Karte funktioniert nicht, wenn man die einbaut. Bleibt das Gerät komplett dunkel beim Einschalten. Da leuchten hier die LEDs, aber sonst passiert da gar nichts mehr. Das ist eigentlich ein bekanntes Phänomen. Diese Notebook-Grafikkarten, die überhitzen irgendwann. Dann lösen sich wahrscheinlich da irgendwelche ICs oder Lötverbindungen. Und dann funktionieren die nicht mehr. Oder vielleicht sind auch irgendwelche ICs dauerhaft kaputt. Das ist so ein typisches Problem. Das zeige ich aber nachher nochmal genauer. Da schraube ich das mal auf, drehe das mal um. Da kommt man sehr gut an die Komponenten dran. Und jetzt habe ich eine ATI-Karte eingebaut. Hier unten rechts sieht man schon einmal Origin. Dann habe ich hier ein Intel-Programm, was die Treibe aktualisieren kann. Das ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn man so ein altes Gerät hat mit irgendwelchen merkwürdigen Intel-Produkten, wie die Sandy Bridge, die hier drin ist. Dann hier Alienware FX. Das ist zum Beleuchten der Tastatur. Das zeige ich gleich mal. Dieses Alienware-Logo, was ihr da vorne seht, das wechselt ja die Farbe. Das kann man damit zum Beispiel einstellen. Hier habe ich dann meinen ATI-Treiber. Da kann ich mir die Karte dann angucken. Das ist eine RAID-ON HD 5800. Eine Mobility-Karte, also eine Karte für Notebooks. Wie ihr hier unten gesehen habt, ist hier kein Akku drin. Den Akku habe ich rausgemacht. Da ist mir zuerst mal nichts aufgefallen, als ich mir das angeguckt hatte und ausgepackt hatte. Und dann habe ich mir den Akku mal von unten angeguckt. Und wenn man da mal hinschaut, das sieht erst mal nicht so auffällig aus. Es ist jetzt nicht aufgequollen, riecht auch in keinster Weise. Aber hier neben, da sieht man eine Veränderung. An diesem Akku, da sind mehrere LEDs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier, das ist so ein kleiner Schalter, so ein Taster. Da kann man draufdrücken und dann leuchten die LEDs und zeigen an, wie voll der ist oder wie leer er dann eben ist. Und hier dachte ich immer, hast nichts bei? Da sieht es aus wie Dreck, aber wenn man mal genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass das Plastik hier außenrum irgendwie ein bisschen korrodiert ist. Das ist irgendwie ein bisschen weggeschmolzen. Und den Schmutz hier, das ist auch kein Plastik, sondern das ist wohl eine ausgelaufene Batterie, ein ausgelaufener Akku. Den kann man so wegmachen. Dann hängt er hier an dem Wattestäbchen. Und wenn man dran riecht und auch wenn man es an den Fingern hat, dann riecht das so und fühlt es sich so an wie eine ausgelaufene Batterie. Und das ist es auch, das ist irgendeine Säure, die ist hier unten aus dem Schalter rausgekommen. Im Normalfall ist der Akku ja so eingebaut, also das läuft da nach unten. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sowas nicht länger am Netz hat und auch nicht länger lädt. Also wenn ihr so ein altes Notebook habt, dann überprüft das mal und entsorgt den Akku besser. Solche Akkus also auf keinen Fall mehr einsetzen, wirklich direkt hier zum Wertstoffhof bringen. Da kann man auch nichts dran reparieren. Ist immer schade. Bei einigen Akkus ist der Akku selber, auch wie hier, natürlich ein Teil des Gehäuses. Aber das ist wirklich zu gefährlich. Hier unten ist der ausgelaufen. Wer weiß, wie es da innen drin aussieht. Das ist hier komplett vergossen. Kann sein, dass hier auch irgendeine Säure drin steht, die hier hingekommen ist. Das Plastik dann quasi ein bisschen angeschmolzen hat. Und hier aber innen noch weitere Säure drin ist, die irgendwann mal rausläuft. Also das am besten entsorgen. Hier vorne links und rechts, da sind die Lautsprecher drin. Sieht ein bisschen aus wie die Scheinwerfer von einem Auto. Und hier sind auch LEDs drin. Die können auch die Farbe wechseln. Sieht man ja eben an die blau. Und die werden auch irgendwann mal rot und grün und so weiter. Und der Lüfter, also am Anfang dachte ich, sind auch die Lüfter von dem Gerät. Aber die Lüfter sind hinten. Da sind zwei Lüfter drin. Wie gesagt, das zeige ich nachher mal. Da gibt es einmal hier einen Lüfter für die CPU und einmal hier für die Grafikkarte. Und hier, das ist also mehr Design als Funktion. Kann natürlich sein, dass da auch Luft mit reinzieht zum Kühlen. Und das ist so ein typisches Merkmal für diese Alienware Notebooks. Für so ein Gaming Notebook muss man immer ganz schön tief in die Tasche greifen. Gerade wenn es so ein bisschen designt noch ist. Hier gibt es ein Alienware von Dell, ein aktuelles Gerät, 1899 Euro. Auch mit dem Core i7, auch mit einer 1 Terabyte Festplatte. Da lese ich noch nicht mal was von SSD. Das ist natürlich auch ein bisschen mau. 16 GB RAM, immerhin, das ist schon mal was. Wie gesagt, das hier hat 12 GB. Der Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer dieses Notebook hat wahrscheinlich verschiedene Vorbesitzer gehabt. Der hat das wohl mal aufgerüstet. Für 1000 Euro kriegt man zur Zeit ein Core i5 Notebook. Das ist ja auch nicht so dolle, aber wahrscheinlich immer noch schneller als das hier. Hier für fast 3000 Euro Core i9. Hier 3500 Euro. Gibt es ein Core i7. 16 GB RAM, immerhin, eine SSD ist da jetzt schon drin für 3500 Euro. Das kann man nur wirklich erwarten. Also Gaming Notebooks sind nicht ganz billig. Ist natürlich die Frage, ob so ein Notebook jetzt viel schlechter ist mit seinem Core i7 als die Notebooks, die ich jetzt eben mal gezeigt hatte. Das ist immer so eine grenzwertige Frage. So genau beantworten kann man das nicht. Oder man kann eben sagen, okay, hängt immer vom Spiel ab. Ich habe hier mal Battlefield 1 installiert, beziehungsweise das lädt immer noch runter. Dauert ganz schön lange, 60 GB. Fortnite habe ich installiert, das zeige ich gleich mal. Dann habe ich hier noch einen 3D Mark installiert. Und Steam habe ich hier auch. Und da zeige ich jetzt mal, wie ich Windows 10 hier installiert habe und was das Notebook kann und wie es ein bisschen aufgepeppt ist. Ich habe hier mal das Programm CPU-C runtergeladen. Und das zeigt verschiedene Werte an Grafikkarte, RAM-Module, Mainboard, CPU. Hier habe ich eben den Core i7-2630QM. Da sieht man, welche Revision, welche Stepping und so weiter. Und hier unten wird dann auch die Geschwindigkeit angezeigt. Momentan ungefähr so 800 MHz. Und das ist aber variabel. Das ist auch nicht feste. Ich sage mal so die Frage, ob das Programm das richtig ermitteln kann. Man muss es einfach mal glauben, so wie es hier steht. Da stand vorhin beim Hochfahren vor einer Stunde noch 2 GHz, 2,8 GHz. Das ist immer hin und her gependelt. Jetzt sind es 797. Kann natürlich sein, dass sich das automatisch runter geregelt hat, um Energie zu sparen. Möglich ist aber auch, wie einige vermuten, ein Defekt der Sandy Bridge oder überhaupt des Chipsatzes. Aber technisch gesehen funktioniert es einwandfrei. Und da muss man gleich mal gucken, wenn man Spiele am Laufen hat, was hier angezeigt wird. Im BIOS, da kann man das Gerät übertakten, also die CPU. Das ist natürlich immer so ein Risiko, vor allem auch das eigene Risiko. Das geht aber ganz einfach. Das zeige ich gleich mal. Entscheidend ist natürlich auch die Grafik, die hier drin ist. Die Grafikkarte in der AMD Mobility Radon HD 5880. Die wird auch hier direkt angezeigt. In dem Gerät sind ja zwei drin. Auch die Intel HD Grafikkarte und viele Notebooks, viele Gaming Notebooks, die schalten dann um. Das Umschalten hat hier überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich die HD im BIOS deaktiviert. Und jetzt läuft nur die eingesteckte ATI Grafikkarte. Dann kann ich hier noch nach dem Rahmen gucken. Das sind 12 GB. Das ist wirklich mehr als ausreichend für ein Gaming Notebook. Gerade für so ein altes. Wirklich ein ziemlich guter Wert. Und Mainboard. Da sehe ich hier mein Alienware M17XR3. Kann ich prima nachgoogeln. Und auch mit der Sandy Bridge. Die ist ja nicht ganz unproblematisch, was SATA betrifft. Da gab es ja diesen Fehler, dass dann irgendwann die Performance nachgelassen hat. Oder dass irgendwelche SATA-Platten auch kaputt gegangen sind. Das ist aber immer natürlich so ein Gemunkeln. Da kann man im Internet gucken. Da findet man alle möglichen Treffer. Aber hier ist erst mal nichts zu sehen. Ich gucke mir mal den Gerätemanager an von Windows 10. Und hier ist alles ganz einwandfrei installiert. Alle Treiber sind da. Windows 10 hat alle Treiber selber installiert. Bis auf zwei. Die hatte ich nachinstalliert. Und dann nochmal ein bisschen am Chipsatz getrickst. Und Dell liefert ja keine Windows 10 Treiber aus. Und unterstützt es auch gar nicht. Macht da keine Aussagen zu der Funktion. Aber das funktioniert. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen geplante oder gewollte Obsoleszenz. Dass die Hersteller von so einem mehrere tausend Euro Gerät, Gaming-Gerät, Gaming-Notebook oder auch PC dann auf einmal keine Treiber mehr anbieten. So in der Hoffnung, kauft euch doch einfach ein neues und stellt das alte irgendwo auf den Speicher bis jetzt da vergessen ab. Oder verschenkt es. Und das ist auch mit Sicherheit von den Herstellern so ein bisschen gewollt. Bei dem Notebook hier, da musste man zum Glück nur noch zwei Treiber installieren. Einmal den Treiber für den Fallsensor. Wobei man den gar nicht unbedingt braucht. Und dann war hier noch irgendein Treiber. Für ein On-Screen-Menü. Und wie viele auch in die Kommentare von euch geschrieben haben. Teilweise funktionieren auch Treiber für Windows 7 und Windows 8. Und das hat hier auch geklappt. Also hier sind zwei Treiber für Windows 7 installiert. Das könnte dieser hier sein. Oder irgendein anderer Sensor. Der war irgendwo hier oben. Und dann ist hier der Gerätemanager auch wieder ganz sauber aufgeräumt. Bevor ich jetzt weitermache und ein paar Spiele auf dem Gerät zeige. Da habe ich mein Notebook mal in den Kühlschrank gesteckt. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass der Vorbesitzer den geschickt hat mit dem Hinweis, da stimmt irgendwas nicht mit der Leistung. Der taktet sich runter auf 800 MHz. Und das kann durchaus normal sein. Da gibt es die sogenannte Intel Speed-Step-Technologie. Da werden bei Notebooks die Taktraten reduziert, um Energie zu sparen. Und normalerweise kommt so ein Notebook auch von selber da wieder raus, wenn man eine entsprechende Anwendung startet im Spiel oder sowas. Das war hier bei mir aber irgendwie gar nicht der Fall gewesen. Der wollte gar nicht mehr von den 800 MHz weg. Wikipedia schreibt auch, dass es hier Probleme gibt oder Probleme aufgetreten sind in Form von Blue Screens oder anderen Fehlermeldungen. Und natürlich wäre es hier durchaus möglich bei dem Notebook, dass die Hauptplatine, wie hier auch steht, schlecht designed ist. Und dass es hier ein Problem gibt mit dieser Step-Up-Technologie, obwohl ich die ausgeschaltet habe. Aber dennoch ist sie ja vorhanden. Und da gucke ich jetzt mal. Ich habe meinen Notebook jetzt wieder aus dem Kühlschrank rausgeholt. Da sind es nur 10 Grad. Das habe ich jetzt nicht tiefgefroren oder so. Aber genau so, dass hier keine Wärme mehr spürbar ist. Und ich habe es mal an der Zimmerluft so ein bisschen liegen gelassen, damit da nichts kondensiert. Ich mache den Deckel mal wieder drauf. Das zeige ich gleich nochmal am Ende des Videos. Aber ich schalte es jetzt erst mal ein. Ich habe es hier eingeschaltet. Und sehr praktisch, bei so einem alten Gerät, da kann man direkt ins BIOS gehen mit F2. Da gibt es keine Tricks. Und das geht auch ganz freiwillig ins BIOS im Gegensatz zu neueren Geräten mit UFI. UFI hat das hier noch nicht. Das BIOS von diesem Notebook ist wirklich sehr übersichtlich. Hier oben Datum, Uhrzeit. Ich gehe mal runter, da kann man sich hier noch Werte angucken. Kann man nichts verstellen. Hier unten dann die ATI-Grafika. Dann gehe ich bei Advanced. Und da sehe ich hier oben Intel Speedstep. Das habe ich ausgeschaltet. Also der Takt, der kann eigentlich, darf eigentlich jetzt nicht mehr verändert werden. Durch das BIOS oder durch den Microcode. Und die anderen Sachen, USB-Netzwerk und so weiter. Die sind eigentlich okay. Hier habe ich noch CPU Turbo Mode. Was immer auch das zu bedeuten hat. Jetzt hier genau. Die Erklärungen sind auch immer sehr aufschlussreich. Da wird eigentlich nur mal wiederholt, was hier steht. Das ist enabled. Und das ist ja auch richtig so. Hier kann ich das Ganze noch übertakten. Habe ich aber auch schon probiert. Hat aber auch nichts gebracht. Hier Overclogging Feature. Da konnte man einstellen, was man wollte. Aber die Geschwindigkeit hat sich nie verändert. Und entweder ist hier irgendein Defekt. Oder das hat mal überhitzt, das Notebook. Oder was Grundlegendes ist hier falsch. Ich schalte das mal aus. Jetzt habe ich also kein Übertakten mehr. AHCE. Das ist okay. Hier kann ich meine Grafikkarte einstellen. Hier kann ich entweder sagen, PCI Express Grafikkarte. Oder die interne. Das soll ja meine eingesteckte sein. Und das ist ja auch Bluetooth kann ich hier einstellen. Dann kann ich hier noch einstellen. Sicherheitssachen. Und ich gehe mal hier auf Exit Saving Changes. Das ist eigentlich eine ganz übersichtliche Konfiguration. Und hier habe ich jetzt wieder CPU-C aufgerufen. Also das Notebook ist kalt. Das ist jetzt nicht heiß gelaufen. Und da sehe ich hier Core Speed sind ungefähr so 800 MHz. Also 797 genau. Variiert ja immer ein bisschen. Und heute Morgen stand hier noch 2 GHz. Und dann teilweise 2,4, 2,8. Das hat er immer alterniert. Und jetzt ist es aber bei ungefähr 800 MHz stehen geblieben. Genauso wie der Zuschauer das beschrieben hatte. Dem er das geschickt hat. Und da kann man natürlich relativ wenig mit anfangen. Mit einem Core i7, der auf 800 MHz konstant läuft. Warum auch immer er das hier tut. Wie gesagt, merkwürdig. Heute Morgen lieferstunden bei 2 GHz, 2,8 GHz. Und jetzt ist er mal eben ein bisschen hochgegangen. Und hier oben steht ja auch, es ist ein Core i7 mit 2 GHz. Und die sollte er auch hier anzeigen. Hier gibt es noch einen Hardware-Monitor. Diese zwei kleinen Programme, die verlinke ich mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. In diesem Hardware-Monitor-Programm, da kann ich mir die Sensoren auslesen. Und dann sehe ich hier meinen Intel Core i7. Sehe die Spannung. Das ist aber ganz unauffällig. Und hier die Temperaturen von den einzelnen Kernen. 49 Grad. Mindestens 48, höchstens 50. Also der wurde, seit ich ihn eingeschaltet habe, auch nicht richtig heiß. 50 Grad ist ja nichts für einen Prozessor. Und schon gar nicht für so einen Core i7. Die Kühlung funktioniert auch hier unten. Also diese Werte sind schon zuverlässig. Und im Handbuch steht, was man sich online runterladen kann. Hier von Alienware, dass die Betriebstemperatur bis zu 90 Grad betragen kann. Ich mache die mal kleiner hier und starte mal ein Spiel. Fortnite, das hatte ich gestern Abend installiert. Und das lief nicht so gut gestern Abend. Heute Morgen aber umso besser, bevor ich das Video gemacht habe. Das war die Zeit, wo der noch 2 GHz hatte oder plötzlich eben 2 GHz hatte. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt läuft. Geladen hat es schon mal. Hat aber auch eine ganze Weile gedauert. Wesentlich länger als auf einem anderen Rechner, auf dem Desktop-PC mit einem Core i5 oder einem Core i3. Ich kann hier oben mal die Grafikkarte einstellen und klicke mal auf Auto. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Aber wahrscheinlich auch nichts anderes als das, was jetzt eingestellt ist. Hier ist alles auf Mittel. Wie gesagt, Core i7 ist das. Und eigentlich 2 GHz, praktisch nur 800 MHz. Ist eine ATI drin. Und ich klicke auf Anwenden und starte mal das Spiel. Mal gucken, wie das dann wird. So sieht das dann aus. Ich spring mal raus und ruckelt ganz schön. Ganz schöne Aussetzer sind da drin. Die Grafikauflösung selber, die ist eigentlich okay. Dafür, dass das Gerät natürlich jetzt schon ungefähr 6, 7 Jahre alt ist. Aber die Ruckler, die waren zum Beispiel heute Morgen nicht drin. Die sind jetzt ganz neu. Heute Morgen lief das noch ohne Ruckler. Aber oje, da hier gibt es ganz starke Verzögerungen. Die Gebäude werden nicht richtig dargestellt. Das war heute Morgen auch nicht. Also irgendwas stimmt mit dem Rechner nicht. Irgendwas stimmt mit der CPU hier nicht. Ich glaube nicht, dass es an der Grafikkarte liegt. Jetzt funktioniert es wieder ein bisschen besser. Aber dennoch ist es nicht so gut wie auf dem Rechner, den ich mal im Sperrmüll gefunden hatte. Ich schalte mal um und gucke mal nach der Frequenz, nach der Core-Frequenz. Das sind nach wie vor 797 MHz. Also die Anwendung, die hat es auch nicht geschafft, den Core-Speed zu erhöhen und die Geschwindigkeit zu erhöhen, dass es wieder auf 2 GHz kommt, was wie gesagt heute Morgen hier stand. Am Anfang des Videos hatte ich ja die Frage gestellt, Gamer Notebook oder Gamer PC, was ist besser? Also für mich hat sich das jetzt beantwortet. Das ist also der Zustand von einem Gamer Notebook, was offensichtlich schon oft benutzt wurde, aber erst 6, 7 Jahre alt ist. Also ich vermute mal, da wurde das Gerät irgendwann mal zu heiß. Da hat was überhitzt, waren vielleicht die Lüfter hier hinten verstopft. Und das ist so ein Folgeschaden vielleicht davon, dass der nur noch in so einem abgesicherten Modus läuft, wie auch immer genau. Hier drüben hatte ich ja mal einen PC gefunden, in freier Wildbahn. Das stand auf der Straße mit einem ATI oder AMD Phenom dann drin. Ist auch ungefähr so 10 Jahre alt, vielleicht ein bisschen jünger. Und da läuft Fortnite definitiv besser als hier auf dem Gerät. Auch heute Morgen, wo es noch schneller war, war das nicht so gut wie hier auf diesem alten PC. Und diesen PC, wie gesagt, den hatte ich gefunden, den benutze ich immer noch. Der funktioniert einwandfrei. Da gibt es null Probleme mit der Geschwindigkeit. Da ist auch eine SSD drin, genauso wie hier eine alte Nvidia Grafikkarte ist da drin. Eine 550 Ti und das macht keinerlei Probleme und funktioniert ganz klasse. Ich hatte mir zum Testen und zum Zeigen hier nochmal ein paar andere Spiele runtergeladen. Battlefield 1, Battlefield 3 und hier unten nochmal den 3D Mark. Aber das kann man komplett vergessen. Da passiert nichts mit 800 MHz. Das dauert ewig. Dann kommt irgendwann ein schwarzer Bildschirm und dann will es auch nicht mehr weiter. Also das funktioniert hier überhaupt nicht drauf. Es gibt noch diverse Tools und Hilfsprogramme. Zum Beispiel hier ein Programm namens Throttle Stop 8.7.0. Das ist für Notebooks gedacht mit Intel Prozessor. Da kann man die aus dem Tiefschlaf wohl wieder rausholen. Hier gibt es zum Beispiel auch diese Speed Step Technologie. Kann man einschalten und ausschalten und da passiert aber auch nichts. Da hatte ich jetzt jede Menge Änderungen dran vorgenommen. Da reagiert der Prozessor gar nicht drauf. Auch hier drüben, da hat sich nichts geändert. Das updatet sich wie gesagt normalerweise alles automatisch hier. Sieht man auch ein bisschen. Das blinkt immer so. Der fragt permanent ab. Und da kann man irgendwas ankreuzen. Ganz wild durcheinander. Safe. Da passiert nichts. Also die Werte, die das Programm hier ausliest, die sind auch richtig. Auch die Temperaturen hier 47 Grad, 50 Grad mal. Und da hat es keinerlei Probleme. Das stimmt alles. Aber der Prozessor lässt sich nicht dazu bewegen, irgendwo schneller zu funktionieren. Es gibt natürlich auch immer die Intel Chipsatz Treiber. Da gibt es ein Programm von Intel. Das seht ihr hier unten. Treiber und Support Assistant. Da kann man draufklicken und kann hier anklicken auf neue Treiber überprüfen. Dann öffnet er die Seite von Intel. Mal schauen, ob die sich öffnet. Ja, sie tut es. Und da gibt es hier den Intel Treiber und Support Assistant. Scannen ihres Systems. Das passiert dann über die vorher installierte Software. Die hatte ich vorher runtergeladen und installiert. Und der kommt aber auch gleich zu dem Schluss, dass es keine neuen Treiber gibt. Also Chipsatz Treiber und so weiter. Die sind alle hier richtig installiert. Intel findet hier auch das richtige Board, den richtigen Rechner, Alienware M17, XR3, Windows Pro und so weiter. Auch der Prozessor wurde richtig erkannt. Grafikkarte richtig erkannt. Speicher 12 Gigabyte, Massenspeicher. Aber da gibt es keine weitere Software. Also von der Seite von Intel ist das okay. Wer aber dennoch einen Gaming Notebook haben möchte, der wird mit Sicherheit fasziniert sein von der beleuchteten Tastatur und hier unten von dem beleuchteten Touchpad. Und hier dieser Farbwechsel und hier oben auch von diesen Zusatzknöpfen. Da gibt es ein Programm. Das rufe ich mal auf. Das gibt es von Alienware. Und da kann man diese Farbeffekte einstellen. Das ist hier dieses Symbol. Soll wohl ein Kopf von einem Außerirdischen sein. Und da sieht man das. Da kann ich hier verschiedene Blöcke mir auswählen und kann hier unten dann die Farbe anklicken. Und da kann ich eine Farbe jetzt zum Beispiel aussuchen, die das jeweilige Symbol oder das jeweilige Feld hier oben dann annehmen soll. Ich habe das mal programmiert. Das kann man programmieren auch auf einer Anwendung, zum Beispiel Firefox oder Chrome. Hier habe ich Firefox angelegt und habe dann gesagt, die Tastatur, die soll hier rot leuchten und außenrum alles dann grün. Und wenn ich den Chrome öffne oder aktiv habe, dann soll die Tastatur und das Logo blau sein und die Lautsprecher gelb. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich klicke mal jetzt hier unten auf den Firefox. Und da sieht man, hier wird das Logo grün. Und das blinkt dann, also grün und rot leuchtet abwechselnd. Das habe ich so eingestellt. Die Tastatur hier auch. Die wechseln immer die Farben. Und wenn man so eine Spielerei mag, dann braucht man natürlich auf jeden Fall ein Gaming Notebook. Bei dem Chrome habe ich eingestellt, dass es komplett blau bleiben soll. Hier das Blau, das Blau. Da habe ich keinen Farbwechsel eingestellt. Ich gehe nochmal zurück auf den Firefox. Und da wird es direkt wieder grün und wechsel dann ins Rot. Da werden dann die Farben getauscht. Und das ist hier noch ein Gag. Das ist ein Programm, was im Hintergrund läuft von Alienware. Und das steuert hier die Farben der LEDs. Ich fahre das Gerät mal runter und zeige mal, wie das dann aufgebaut ist. Gerät ist ausgeschaltet. Und so sieht das von oben aus. Hier ist auch mal ein beleuchteter Alien-Kopf drauf. Und hier diese klebrige Oberfläche. Wirklich schade drum. Wenigstens ist das Gerät relativ servicefreundlich. Den Akku hatte ich ja schon rausgenommen. Und das hier ist eine große Klappe. Die kann man ziemlich leicht rausschrauben. Es sind nur zwei Schrauben. Das ist wirklich sehr vorteilhaft und gut gemacht. Und die raus. Und dann kann die Klappe dann abgenommen werden. Und jetzt kommen wir an die ganzen Sachen dran. Hier sind die Laufwerke. Einmal eine 500 GB Festplatte. Die habe ich eingebaut. Und dann hier eine Crucial SSD. Die hatte ich noch gehabt. Der Kai, der hatte hier eine 80 GB Festplatte drin. Die war ein bisschen klein, noch ein bisschen langsam. Hier oben habe ich die Grafikkarte. Wenn ich hier draufgreife, das ist wirklich sehr heiß. Also 50 Grad aller mindestens. Da ist natürlich auch mal die Frage, inwiefern diese Temperaturwerte stimmen, die da in den Sensoren rausgelesen werden. Also wenn ich hier draufgreife, könnte ich mir gut vorstellen, dass es heißer ist als 50 Grad. Und hier die CPU ist aber nicht so heiß. Den rechten Lüfter für die CPU habe ich jetzt eben mal losgeschraubt. Kann man ganz einfach rausnehmen. Wirklich sehr gut gemacht. Und auch nötig natürlich. Wie man sieht, der ist auch richtig sauber. Der dreht sich auch. Gar kein Problem. Und hier kann ich jetzt die Lamellen reinigen. Da habe ich meine Heatpipe. Die geht hier auf die CPU. Kann ich mal rausschrauben. Schraube Nummer 1 und Schraube Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Da kann man auch ziemlich leicht die Wärmeleitpaste wechseln. Habe ich auch gemacht. Und jetzt habe ich das hier rausgenommen. Da kann man hier durchschauen. So sieht man das. Keinerlei Staub. Der hat also keine Probleme mit der Kühlung. Und hier ist die CPU. Und hier habe ich dann das Element. Und da sieht man auch, der hat auch richtig aufgesessen. Auf der linken Seite dann die Grafikkarte sitzt hier unten drunter. Und die hat sogar drei Heatpipes. Das braucht die auch. Die wird richtig heiß. Da kann man dann auch ziemlich leicht den Lüfter rausmachen. Und da sieht man die Kühlelemente. Auch alles ganz sauber. Die Grafikkarte sitzt hier drunter. Die ist mit mehreren Schrauben. Festgemacht. Und sieht dann so aus. Das ist die Alternativkarte. Die wurde wahrscheinlich auch angeschafft. Weil eine andere da vorher kaputt war. Da werde ich dann ein bisschen bestärkt in meiner These. Dass da irgendwas mal überhitzt hat. Wahrscheinlich ist bei dem Überhitzen die Grafikkarte kaputt gegangen. Und möglicherweise auch die CPU. Das hier ist das Netzteil für das Notebook. Das lag die ganze Zeit hier daneben. Und das ist natürlich auch ein Riesenteil. So groß wie ein Backstein. Nur nicht ganz so dick. Aber richtig schön schwer. Ist auch innen kompakt. Also da ist auch keine Luft mehr drin. Und das hat eine Ausgangsspannung von 19,5 Volt und 12,3 Ampere. Was ja ungefähr so 230 Watt ergibt. Also so ein Notebook zieht einiges an Strom. Vielleicht, möglicherweise ist auch das Netzteil defekt. Das müsste man mal eventuell prüfen. Dass das nicht genug Strom liefern kann. Dass deshalb das Notebook in so einem langsameren Modus sich befindet. Kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich noch nicht von gehört. Aber könnte ja alles durchaus sein. Wenn ihr da schon mal Erfahrungen habt. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Aber das ist mit Sicherheit kein Energiesparer hier. Da stellt sich jetzt die Frage. Was kann man jetzt hier mit machen? Und Antwort ist irgendwie relativ wenig. Man kann es natürlich benutzen zum Surfen. Da funktioniert es schon für. Aber da brauche ich kein Notebook mit 230 Watt. Ist ja wirklich schade drum. Ich bleibe mal am Ball. Vielleicht finde ich ja noch was raus. Ich habe noch eine andere CPU. Die hat mal einen Zuschauer zugeschickt. So eine einzelne CPU. Die müsste da wahrscheinlich drauf passen. Vielleicht wird es damit ja ein bisschen schneller. Das ist nur ein Core i5. Aber glaube ich ein neuerer. Muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich auch noch irgendeine andere Software. Die da das Ganze besser diagnostizieren kann. Da schaue ich mal drüber an. Ansonsten ist es genauso wie bei vielen anderen Notebooks, die ihr hier auf der Seite seht. Auf der Seite tooltime.de. Wenn die einmal kaputt sind, sind die dann irgendwo nur noch ein Ersatzteillager. Wenn ihr noch irgendwelche IT-Sachen habt, die ihr nicht mehr braucht oder die vielleicht auch nicht richtig funktionieren und ihr wollt, dass ich mal darüber ein Video mache, dann schreibt einfach mal eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr im Pressum hier unten in der YouTube-Videobeschreibung. Tut mal ein paar Fotos mit dranhängen, dann gucke ich mir das mal an und dann kann man da wahrscheinlich ein Video drüber machen. Sowas ist ja mit Sicherheit für viele interessant. Wenn ihr noch Fragen habt oder Kommentare oder noch irgendwas wisst, was in dem Video nicht gesagt wurde oder falsch gesagt wurde, dann schreibt es unten in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und macht die Glocke an dem Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video. Besucht mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier. Da gibt es noch hunderte andere Videos zu dem Thema Notebooks, Windows 10, Windows-Drucker, SSDs, alte PCs, PC-Technik-Drucker und so weiter. Da sind mit Sicherheit auch noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch.